Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir die Dollhouse Challenge, das heißt, dass man das halt so machen müsste, so wie es halt in einem, wie nennt man das auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung, ein Puppenhaus, genau. Dass es dann halt so aussehen würde, also so würde man halt daran spielen quasi. Und ja, ihr seht schon, das Video ist sehr kurz. Ich habe nicht lange dran gesessen. Es ist halt auch nur ein Zimmer und es ist halt auch nur zur Hälfte so geöffnet, genau. Genau, deswegen, ja, habe ich das dann auch nicht so schnell gemacht, wie ich es sonst machen würde. Also sonst habe ich die Dings immer noch etwas schneller, die Videos. Aber, also wenn ich Speed Builds mache, aber in dem Fall habe ich das nicht gebraucht. Deswegen dachte ich so, okay, dann mache ich es jetzt lieber so. Mein Dollhouse Zimmer ist auf jeden Fall etwas für, also ich habe mir jetzt gedacht, dass es halt für so ein Toddler-Girl, ich meine, es kann auch ein Toddler-Boy einziehen, das ist auf jeden Fall ein Toddler-Bett da. Aber rein von den Farben her, was so dieses Klischeehafte ist, es ist halt typisch Mädchen. Deswegen, ja, habe ich gesagt, dass es halt ein Toddler-Girl ist. Ja, also Kleinkind. Ja, also für mich war es sehr schwer, dass man dann halt in der Ecke, wo halt nichts ist, das so zubaut. Weil das bin ich ja einfach nicht gewöhnt, so, you know, weil sonst sind überall Wände und keine Ahnung. Das ist schon irgendwie schwer, aber irgendwie habe ich jetzt auch nicht so lange gebraucht. Ich habe, glaube ich, ich saß vielleicht eine Viertelstunde oder so dran. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich lebe eine Viertelstunde und ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt sehr lang. Aber keine Ahnung, ich fand jetzt auch nicht, dass es so viel gab, was dann irgendwie da richtig so reingepasst hat. Deswegen, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es jetzt so gelaufen ist. Deshalb, ja. Also ich finde es ganz schön. Ihr könnt mir gar nicht sagen, was ihr davon haltet. Wir sind nämlich jetzt gleich schon am Ende. Ich platziere hier noch so ein paar Spielsachen, was halt so in einem kleinen Kindraum sein könnte. So an Spielzeug halt. Ja, ich hatte übrigens das Thumbnail. Das ist nochmal was anderes, als ich sonst habe. Normalerweise würde ich halt immer das zeichnen. Aber in dem Fall habe ich jetzt gelassen, weil ich mir dachte so, Girl, no. Weil ich das einfach irgendwie cool fand. Keine Ahnung, das so zu machen. Aber, ja. Das ist übrigens das Thumbnail. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!